Ein Rendezvous mit Minnie. Ich freu mich drauf, yippie. Und hab ich meine, Minnie. Ein Ronde-Rondezvous, yippie. Mickey, aber du kommst drei Stunden zu früh. Ha, ach, weißt du, ich bin verrückt nach dir. Oh, Fifi. Oh, tut mir leid. Meine Fifi mag niemanden außer mir. Tja, das wird sich ändern, denn jeder liebt auch Mickey Maus. Na, dann viel Glück dabei. Ich bin gleich wieder zurück. Na schön, Fifi. Dann lass uns beste Freunde werden. Komm her, Kleines. Zeig mir dein süßes Knuddelgesicht. Oh, na du kannst ja süß lächeln. Ich wusste, du magst mich. Oh, da braucht wohl jemand einen meiner patentierten Beste-Freunde-Küsse. Oh, was soll das? Wie kannst du mich nicht mögen? Sie, mein Minnie mag mich. Sie mag mich sogar sehr. Ich bin jetzt fertig. Oh, Bini, ich bin gleich zurück. Das verstehe ich nicht. Warum mag sie mich nicht? Ich war herzlich und charmant. Ich muss mir was einfallen lassen. Da wurde der Hund in der Pfanne verrückt. Hallo? Hallo, Miki. Ja, Sekunde. Ist für dich, Pluto. Pluto! Warum bin ich nicht selbst darauf gekommen? Danke, mein Freund. Hallo, Fifi. Hier ist etwas für dich. Wir haben Knabberknochen, Kauspielzeuge, ein Hybrid-Auto und einseitiges Kuschelkissen handgemacht aus dem Hochzeitskleid meiner Großmutter. Fifi? Ah! Hey, die Sachen waren teuer. So, jetzt reicht's. Lass dein schlechtes Benehmen. Jeder hier mag mich, und du solltest das auch tun. Fifi, das fragst du nicht. Schau auf! Großmutter ist Hochzeitskleid. Fifi! Keine Sorge, Mädchen. Miki wird dich retten. Ich bin leichter, ich bin leichter, ich bin leichter, ich bin leichter. Keine Angst, Fifi. Alles wird gut. Oh, nein, Fifi! Nein, Fifi! Ich hab dich. Und ich lass dich nie mehr los. Alles klar, ich bin fertig. Oh, 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 das ist ja so süß. Oh, 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 ich hab dir ja gesagt, sie mag mich. Oh, 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 oh Untertitelung des ZDF, 2020